Ah, Kampfummel bitte Kann ich die Leute besser killen So, wir fahren gleich rein Was ist in dem Haus? Ich bin mir nicht sicher Dann gehört, als ob der Boss hier wäre Schnell den Hinweis Ne, ist er nicht Zypressenhütte als nächstes Zypresshuts 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 Naja Meine Poche ist wie ein Maikäfer Ich glaube, es wird auch einen Maikt Schauble, die wir ganz gut verletten Ich nenne jetzt die Maikäfer Ich bin erwarteten sich haben ja links und auch welche das Das sieht gut aus. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater, der Hit. Tja, der nicht mehr. Nicht mehr. Irgendwie das Gefühl, dass wir hier... ...kleine sind. Alle, die hier dahin gelaufen sind. Nein. Alleine können wir ja nicht sein. Ne. Na, dass der Boss gemacht wird. Ja, hast ja recht. Richtiges Gefühl. Wollen alle bei einem Ausgang. Die anderen gehen zum Ausgang. Natürlich. Na, gucken, ob wir da Leichen finden. Bei Ersten. Nachher bei... ...durch sind. Ich weiß, dass ich auch ein Ragen... ...was... ...was... Ja, hab ich gesehen. Ja. 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 Hast du es gesehen? Ja. Bin mir gleich mitgelaufen... ...gerannt wie du, aber bei mir haben sie aufgesteckt... ...wolle ein bisschen fetter ist, weißt du. Ne, du hast bestimmt keine Tiermaske. Ich hab auch keine Tiermaske. Ja, aber die sind... ...er ist gerannt. Ja, er auch. Bin ich gerannt wie normal gelaufen. Ey, ich bin da gerannt, wo du dann auch wieder gerannt wirst, aber von daher. Ah, ist egal. Das ist ja... ...mon. Ja, ich würde nicht am Fass stehen, da... ...de Bummen machen. Bum! Ich wollte gerade noch mal auf dich schießen. Ich hab gerade gehört, wie jemand einen deckenden Panzer gequält hat. Oder bekämpft hat. Jüge. Kommt ihr? Ich bleib jetzt wie immer hier. Ich weiß nicht, falls sie die Trophäe noch haben wollen oder so. Ah! Ja, kann ja sein, dass... Don't box! Ach, ich kann das mitnehmen, schade. Falls ihr keine Lust habt, musst du nur sagen. Vorsicht, da sind schon wieder... ...flückgrähen. Du sollst nicht rennen. Ja, ich bin genau deiner Gramm, wo Alex auch noch gehandelt ist. Du warst noch weiter weg. Du wolltest noch mal testen, ob das ja wirklich so ist. Hast du vielleicht doch Dings-Maske auf? Nein, hab ich nicht. Oh, dann ist er wirklich fetter. Guck mal die Hosen. Aber wir rennen eh überall rum. Und halt ist von Weitem. Wo bist du denn, Digga? Da oben bist du. Ich komme! Wo ist denn, Digga? Da ist er. Wo ist denn, Digga, da oben? Ich glaube, die haben keine Gegenwehr gehabt. Doch. Ah, da ist ein Rahmen. Bitte nicht rennen da oben. Hm. Na gut. Die laufen da unten, ne? Wollen die mich verarschen? Ja, da kämpfen sie noch. Auf jeden Fall. Also ich höre genau vor uns Schüsse. Ja. Ja, auch direkt vor uns. Nee. Ich meine hier. Nein. Ah. Aus diesem Wald. Höre ich Schüsse. Oh. Umlenk ist auch cool. Was ist das? Nein. Oh. Umlenk ist auch. Oh, oh. Oh ja, ich Guido. Ich meine hier wieder. Ich bin Dank der Br Barton. Oh, okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vielen Dank. Da ist einer. Da kam ein Blitz her. Und da ist ein Feind, wo ich gepinkt habe. Ja. Ich sehe es, da ist einer auf dem Dach. Da ist noch ein Zweiter. Also auf jeden Fall ein Zweierteam. Ja. 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 Auf jeden Fall kämpfen sie gerade Schön wie ich hier hin und her lege Ach da ist einer Natürlich sind da wir Bäume im Weg Natürlich Da sind sie Hier vorne ist einer im Haus Vorne Hab ich gesehen Keine Ahnung von wo Ist mir auch langsam egal Ja aber der hat keinen dort zu mir hingezielt Da kommt man nicht Ja da drüben läuft Ja da drüben Neben dir sind welche Ja ich weiß Rechts neben dir Ja ich weiß Gut ich wollte es ja nur sagen Wer ist gestorben jetzt Einer von denen Nein nein Ich Ach du Alter Weil der eine hat nach rechts geguckt Der hat mich nicht angeschossen Und der andere da konnte ich mich gar nicht sehen Ruhe 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 Der dreht sich schnell um Zack tot Das sind doch Cheater Einer hat um die Ecke geschossen Obwohl mich das erstmal abgeknallt hat Unter dir Rechts Ich wusste wo ich bin oder was Ich wusste wo ich bin oder was Ich wusste wo ich bin oder was Ja das bestimmt die Trophäe Ja super Ich wusste wo ich bin oder lament Ich wusste wo ich bin oder was Ich wusste wo ich mich Snagen Ich wusste wo ich mich jetzt so Ich decipher отсcahenden Ich wusste wo ich jeden Fall